Durch Cottbus fährt ein Omnibus, der Omnibus ist voll. Im Omnibus sitzt Marius, er findet sich echt toll. Er knackt im Bus ne Kokosnuss und ruft, was muss, das muss. Nun schleudert seine Kokosnuss quer durch den Omnibus. Die Kokosnuss trifft vorne im Bus den Kopf von Fahrer Julius. Der Fahrer hat Blutaguss, der Fahrer fasst kurz nen Entschluss. Am nächsten Halb fliegt Marius, kurslos hochkant aus dem Bus. Und Marius ist ganz konfus und läuft den Rest vom Weg zu Fuß. Fährst du durch Cottbus mal im Bus, dann bitte ohne Kokosnuss. Denn so ne Nuss im Omnibus, die führt ganz schnell zu viel Vertross. Fährst du durch Cottbus mal im Bus, dann bitte ohne Kokosnuss. Denn so ne Nuss im Omnibus, die führt ganz schnell zu viel Vertross. Durch Cottbus fährt ein Omnibus, der Omnibus ist voll. Im Omnibus sitzt Marius, er findet sich echt toll. Er knackt im Bus ne Kokosnuss und ruft, was muss, das muss. Und schleudert seine Kokosnuss quer durch den Omnibus. Die Kokosnuss trifft vor nem Bus, der Kopf vom Fahrer Julius. Der Fahrer hat nen Blutaguss, der Fahrer fasst kurz nen Entschluss. Am nächsten Halb fliegt Marius, kurslos hochkant aus dem Bus. Und Marius ist ganz konfus und läuft den Rest vom Weg zu Fuß. Fährst du durch Cottbus mal im Bus, dann bitte ohne Kokosnuss. Denn so ne Nuss im Omnibus, die führt ganz schnell zu viel Vertross. Fährst du durch Cottbus mal im Bus, dann bitte ohne Kokosnuss. Denn so ne Nuss im Omnibus, die führt ganz schnell zu viel Vertross.